Wir haben einen Ganggestalt in der MS-Obser und der MS-Obserbücherer Sporthauptschule. Es ist wesentlich so, dass wir einen internen Löffelwerk in der Schule abgehalten haben. Da waren wir drei Gruppen und der Direktor von der Hauptschule hat uns was ausgesucht. Die Schülerinnen haben unterschiedliche Ganggestaltungen für die Schule entworfen und dann auch gemeinsam vor Ort umgesetzt. Sie haben alles in einem Videobeitrag festgehalten. Danke für die Aufmerksamkeit.